Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Oh. Wie ist denn das jetzt abgefallen? Oh Junge, hier ist der Krieg ausgebrochen! Boah! Dafür ist er jetzt tot, toll! Junge, das ist ja krank, was hier abgeht! Aber geil! Oh! Die Skippetis fahren Auto! Genau! Haha, geil! Junge, die reißen alles nieder! Ihr sollt die Welt beschützen, sie nicht kaputt zerstören! Hm? Kleine Explosion, Alter, bei GTA wäre die ganze Welt weg! Oh, fuck! Wieso fährt so ein Gabelstapler so schnell, Alter? War das überhaupt ein Stapelgabler? Ich weiß gar nicht, sah so aus. Oh! Krass, die Eistoilette! Als Kamera? War ja... Nicht auf der Toilettenseite! Ja, die Tür ist aber nicht stabil! Mann, warum sind zwei Türen, die in ein und denselben Raum führen? Alter, nebeneinander! Oh! Oh! Skippe die Apokalypse, Buch! Ach ne, Akte! Skippe die... Oh oh! Oh! Hier geht etwas seltsames vor sich! Stand noch, sorry! Ich glaube langsam, dass die schuld an der Apokalypse sind! Warum sonst sollten sie jetzt töten, äh, die beiden töten, wenn sie die Akte gesehen haben? Oh oh oh! Da geht noch etwas krasses ab! Ich hoffe euch hat das Video so gefallen wie mir! In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus! Bis zum nächsten Mal!